Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs schenken. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Schenkt, schenkte, hat geschenkt. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich schenke, du schenkst, er schenkt, wir schenken, ihr schenkt, sie schenken. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich schenkte, du schenktest, er schenkte, wir schenkten, ihr schenktet, sie schenkten. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe geschenkt. Du hast geschenkt. Er hat geschenkt. Wir haben geschenkt. Ihr habt geschenkt. Sie haben geschenkt. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich schenke. Du schenkest. Er schenke. Wir schenken. Ihr schenktet. Sie schenken. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich schenkte. Du schenktest. Er schenkte. Wir schenkten. Ihr schenktet. Sie schenkten. Den Schluss macht der Imperativ. Schenke du. Schenken wir. Schenkt ihr. Schenken sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verb schenken. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.zzapp.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. Bis zum nächsten Video, euer Team.